Hallo Leute! Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Heute erkläre ich euch die Präpositionen mit Dativ und Akkusativ. Ich stelle den Koffer an die Bushaltestelle. Der Koffer steht an der Bushaltestelle. Ich stelle den Koffer an die Bushaltestelle. Der Koffer steht an der Bushaltestelle. Die Schülerin steht an der Tafel und neben dem Lehrer. Die Schülerin steht an der Tafel und neben dem Lehrer. Lisa! Du musst den Brief an das Postfach schicken. Lisa! Du musst den Brief an das Postfach schicken. Wir haben den ganzen Tag an der frischen Luft verbracht. Wir haben den ganzen Tag an der frischen Luft verbracht. Ich glaube, es ist Zeit für mich zurück an die Arbeit zu gehen. Ich glaube, es ist Zeit für mich zurück an die Arbeit zu gehen. Wir wollen jetzt essen, und setzen uns an den Tisch. An diesem See kann man Boote mieten. An diesem See kann man Boote mieten. Ich hänge das Bild an die Wand. Jetzt, das Bild hängt an der Wand. Meine Frau stellt die Blumenvase auf die Terrasse. Meine Frau stellt die Blumenvase auf die Terrasse. Auf dem Grill gebratenes Fleisch schmeckt besser. Auf dem Grill gebratenes Fleisch schmeckt besser. Wir haben uns entschlossen, die Zusammenkunft auf den nächsten Sonntag zu verschieben. Wir haben uns entschlossen, die Zusammenkunft auf den nächsten Sonntag zu verschieben. Gestern waren wir auf einer Party. Gestern waren wir auf einer Party. Auf den Berg können wir nicht steigen. Er ist zu hoch. Auf den Berg können wir nicht steigen. Er ist zu hoch. Englisch wird in vielen Ländern auf der Welt gesprochen. Englisch wird in vielen Ländern auf der Welt gesprochen. Maria setzte hinter dem Rücken ihrer besten Freundin böse Gerüchte über sie in Umlauf. Maria setzte hinter dem Rücken ihrer besten Freundin böse Gerüchte über sie in Umlauf. Klaus arbeitet hinter den Kulissen. Klaus arbeitet hinter den Kulissen. Fann sein, heißt hinter seiner Mannschaft stehen, ob sie gewinnt, verliert, oder unentschieden spielt. Fann sein, heißt hinter seiner Mannschaft stehen, ob sie gewinnt, verliert, oder unentschieden spielt. Stopp! Und lege deine Hände hinter den Rücken. Ich kann es nicht fassen, dass du das hinter meinem Rücken gemacht hast. Ich kann es nicht fassen, dass du das hinter meinem Rücken gemacht hast. Wir setzten sich im Kino hinter einen alten Mann. Wir setzten sich im Kino hinter einen alten Mann. Ich gieße Tee in die Tasse. In der Tasse ist heißer Tee. Ich gieße Tee in die Tasse. In der Tasse ist heißer Tee. In dem Text, den ich übersetzt habe, waren einige Fehler. Lisa. Wollen wir heute ins Einkaufszentrum gehen? Lisa. Wollen wir heute ins Einkaufszentrum gehen? Sogar in der Regierung, gibt es verschiedene Auffassungen über das neue Programm. Wir machen einen Ausflug, und fahren in die Berge. Wir machen einen Ausflug, und fahren in die Berge. Neben ihrer Arbeit, hat sie einen großen Haushalt zu versorgen. Neben ihrer Arbeit, hat sie einen großen Haushalt zu versorgen. Direkt neben der Bäckerei, ist ein Supermarkt. Direkt neben der Bäckerei, ist ein Supermarkt. Tom setzte sich neben Maria, und die beiden fingen an sich zu unterhalten. Neben dem Ausleihen von Büchern, bieten Büchereien verschiedene weitere Dienste an. Neben dem Ausleihen von Büchern, bieten Büchereien verschiedene weitere Dienste an. Hör auf, neben den Kindern zu rauchen. Hör auf, neben den Kindern zu rauchen. Ich hänge die Lampe über den Tisch. Jetzt, die Lampe hängt über dem Tisch. Ich hänge die Lampe über den Tisch. Jetzt, die Lampe hängt über dem Tisch. Deine Noten liegen über dem Durchschnitt. Deine Noten liegen über dem Durchschnitt. Der Pianist spielte zwei Zugaben, und die Leute amüsierten sich über ihn. Der Pianist spielte zwei Zugaben, und die Leute amüsierten sich über ihn. Zusammen, sahen Tom und Maria zu, wie die Sonne über dem Meer unterging. Thomas, warum willst du mich nicht heiraten? Über dieses Thema möchte ich nicht sprechen. Vorsicht, wenn du über die Straße gehst. Der Berg liegt, etwa 3000 Meter über dem Meeresspiegel. Der Berg liegt, etwa 3000 Meter über dem Meeresspiegel. Ich freue mich jedes Mal über deinen Besuch. Ich freue mich jedes Mal über deinen Besuch. Die Maus kam unter dem Tisch hervor, und lief unter das Bett. Die Maus kam unter dem Tisch hervor, und lief unter das Bett. Lisa leidet sehr unter der Hitze. Ich schwitze unter den Achseln. Lisa leidet sehr unter der Hitze. Ich schwitze unter den Achseln. Ich gehe morgens unter die Dusche. Ich gehe morgens unter die Dusche. Sarah schlief unter dem Baum ein. Sarah schlief unter dem Baum ein. Ich stelle meinen Wagen vor das Haus. Vor dem Haus ist genug Platz. Ich stelle meinen Wagen vor das Haus. Vor dem Haus ist genug Platz. Hallo Sarah. Wir haben uns vor drei Jahren zuletzt gesehen. Meine Frau schläft immer vor dem Fernseher ein. Meine Frau schläft immer vor dem Fernseher ein. Die Lehrerin hat sich zwischen die Kinder gesetzt. Die Lehrerin hat sich zwischen die Kinder gesetzt. Zwischen Frankreich und der Bundesrepublik, gibt es eine freundschaftliche Beziehung. Zwischen Frankreich und der Bundesrepublik, gibt es eine freundschaftliche Beziehung. Ich will eine Garage zwischen die beiden Häuser bauen. Ich will eine Garage zwischen die beiden Häuser bauen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.